Ja, si quieres dinero, lo siento, no tengo, she take my dinero, take my dinero, she take my dinero, take my dinero, she playin' hella ho. Heute geht es so weiter mit dem 8. Türchen und ja, jetzt werden wahrscheinlich nicht mehr so viele Videos mit Klara kommen, weil wir haben Streit und ja, deswegen werden jetzt so lange keine Videos mehr kommen. Okay, aber wir öffnen jetzt erstmal die 8. 3, 2, 1. Schnee-gestöber-Gramasche. Ah, hier. Okay. Wo ist mein anderes Schnee-gestöber-Gramasche? Hä? Achso, das. Ah, ach, hier. Okay. Ja, die Gamaschen finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Und ja, wie immer keine Werte haben die Gamaschen auch meistens nicht. Und wie ihr gesehen habt, bin ich hier gerade ja vorbeigereint und geritten und habe hier diesen Eif gesehen. Da werden wir jetzt einfach mal schauen, was es hier gibt. Ich lese das jetzt nicht vor. Okay. Galoppiere durch das Wetterdorf. Ah, ja. Okay. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Es gibt ein neues Rennen. Oh, mein Gott. Ah, das muss das Update, glaube ich, sein, oder? Für heute. Ich meine, ja. Kann ja sein. Warum bist du so langsam mit Cute Angel? Aber naja, hat nicht die beste Laune und hat auch nicht die beste Ausrüstung. Also, es ist Eigentlichkeit. Und da muss man mit dem da los. Oh mein Gott! Ich muss ein Foto machen. Das sieht so unfassbar schön aus. Das sieht so schön aus. Das ist so schön. Ich weiß nicht, ich könnte noch tausend Bilder machen. Nicht umgehen. Das wäre so cool, wenn das ganze Rennen auf diesem hier wäre. Jetzt gehts runter, oder? Ne, da hoch. Ah, jetzt gehts runter. Schlittenfarm, ich bin eben nicht um. Ich muss noch rum rum. Ja, sie hat jetzt das Foto gecrasht. Aber ist jetzt egal. Weiter gehts. Kann man auch lang, oder? Ja. Oh! Äh. Kann man jetzt mal sagen, dass es gerade gab? Hüffe. Okay. Danke. Aber was war das denn gerade? Machen das Rann jetzt nochmal. Und schauen. Rann da nochmal vorbei. Schauen, ob das nochmal ist. Und Leute. Falls. Also. Ich habe einen eigenen Club. Das ist mein Club. Und. Es ist so. Ich werde ihn auflösen. Ich weiß selber nicht. Ich. Weiß nicht. Ich habe irgendwie selber in diesem Club kein gutes Gefühl. Das ist zwar meine, aber. Ich werde ihn heute noch auflösen. Okay. Weiter gehts. Können wir gleich noch ein schönes Bild machen. Jetzt. Weiter gehts. So. Dann reiten wir jetzt gleich wieder mal wieder daran vorbei. Oder ob das nur ein Bug war. Okay. Es ist kein Bug. Es ist kein Bug. Es ist kein Bug. Es ist kein Bug. Das ist immer so. Ey. Was ist das? Hä? Was ist das? Was war das denn? Oh mein Gott. Jetzt nicht auf. Ich höre mal so viele Spieler. Okay. Cool. Danke dafür. Ich lauf mal wieder überall gegen. So. Und das war es jetzt auch schon mit dem Video. Bye. 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 Bye.